Ich kann hören, wie du mich anschweigst, Mom. Ich hoffe, ich habe dir nicht die Tour vermasselt, Kleiner. Niemand in meinem Alter benutzt solche Worte in so einer Reihenfolge. Es ist einfach schwer zu ertragen, dass mein kleiner Mann nicht immer noch mein kleiner Junge ist. Ja. Jahrelang habe ich mich um diesen kleinen Jungen gekümmert. Dafür gesorgt, dass er geliebt wird. Dass er das Gefühl hat, dorthin zu gehören, wo auch immer er sein möchte. Er will in die Welt hinaus und große, bedeutende Dinge tun. Nicht schlecht, Kleiner. Und was mir am meisten Sorgen bereitet... Ich liebe dich, Miles. ...ist, dass sie nicht so auf dich aufpassen werden wie wir. Miles! Willst du hier raus? Wo auch immer du von hier aus hingehst, versprich mir dich gut, um den kleinen Jungen zu kümmern. Sorge dafür, dass er niemals vergisst, wo er herkommt. Und nie daran zweifelt, dass er geliebt wird. Und sich niemals von irgendjemandem... ...sagen lässt, dass er dort nicht hingehört. Das musst du mir versprechen, Miles. Ich verspreche es. Was glaubst du, wer du bist? Ehrlich! Wir sollten eigentlich die Guten sein. Das sind wir. Ausp protesters. Wir.